Gestern habe ich den Hund psychologisch genommen. Ihr wisst ja, der hat dieses Thema jetzt im Moment, das am Abend nicht in seinen Bereich geht, weil er meint, dass er sich dort fürchtet. Zumindest entsteht der Eindruck. Dann kommt er durch die Stiege rauf und lehnt sich ans Türl und klappert da herum. Vorgestern habe ich da einfach einen Sessel hingestellt, dass er sich dort nicht hinsetzen konnte. Gestern habe ich schon zum Mittag ein Stück Kuchen auf das Geländer gelegt, wo der Hund dauernd vorbeigeht, wenn er im Haus ist. Und der Hund hat fleißig dran geschnuppert und hat immer wieder Andeutungen gemacht, das zu wollen. Ich habe es ihm nicht gegeben. Erst am Abend, nachdem wir beschlossen haben, jetzt ins Bett zu gehen, bin ich hin, habe dieses Stück Kuchen in den Hundebereich geworfen und der Hund ist fröhlich nachgelaufen und in Ruhe war. Tja, psychologisch muss man die Vierbeiner nehmen. Ich bin der alte Knacker Schmatz aus dem rostigen Städtchen Erlenkbach im Wienerwald. Und das ist unser Coronavirus-Tagebuch. Ich kann es nicht mehr lesen. Der Neulenkbach. 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 Pflok. 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 Neulenkbach. Pflok. Ah! Heute hat ganz klar meine Frau die Führung übernommen. Sie hat gesagt, aber jetzt schau mal, dass du deinen Allerwertesten hochbekommst. Und sie hat gesagt, ich koche. Und zwar hat sie gekocht die Nudeln mit Unmengen Mangold, der sich praktisch ins Nichts, also unglaublich. Urviel Mangold hat sie reingemacht, also allen den Werten. Und es ist eine ganz kleine Spaghetti-Sauce rausgekommen, die sicher total lecker ist. Und ich freue mich schon sehr darauf. Und jetzt stehe ich nochmal auf und mache die Badtüre zu, denn die Kinder schaffen das nicht nach dem Händewaschen, die Tür zuzumachen, wenn die Waschmaschine läuft. So, nach zwei Portionen und nicht ganz 50.000 Kalorien mehr, möchte ich euch rückmelden, dass meine Frau was anderes zu mir gesagt hat. Angekommen ist das, was ich vorhin gesagt habe. Gesagt hat sie, dass es auch schöne Zeiten im Leben geben muss. Und da stimme ich ihr völlig zu. Und weil das so ist, bin ich gerade total fleißig gewesen und habe meine Buchhaltung gemacht. Muss ja auch was Schönes sein im Leben. Und ich habe die 41999 weitergebaut. Und meine Söhne haben ohne Hemmungen begonnen, die neue Zugspirale aufzubauen. Ohne zu fragen, haben die angefangen, die haben gesagt, na wenn sie das schon macht, dann macht sie das in der richtigen Form. Und dann haben sie die Farben getauscht. Und jetzt bauen die. Und die haben schon fast eine ganze Ebene. Er hat schon fast eine, er hat das schon. Der Wenzler hat schon fast eine ganze Ebene. Aber der darf jetzt nichts sagen, weil er noch nicht gegessen hat. Ha, jetzt gibt sie jetzt ab. Mal schauen, dass meine Frau zum Nachttisch gekocht hat. Wahrscheinlich irgendeinen tollen Moor im Hemd oder sowas. Da freue ich mich schon. Covid-Zahlen und Fakten vom 24.07.2021. 368 laborbestätigte Fälle haben wir. Und gestern waren es 354. Das sind 0 Verstorgenmöne und 194 Genesene. Der 7-Tages-Vergleich. Die 7-Tage-Inzidenz ist 28,3. Laborbestätigte Fälle sind 651.550. Aktive Fälle 6.791. Im Spital ohne Intensiv 74. Auf der Intensiv 26. 63.571.450 durchgeführte Testungen. 10.524 Verstorbene und 634.235 Genesene. Euch ist vielleicht aufgefallen, unterwegs habe ich heute nicht gefilmt. Das liegt daran, dass ich heute den zweitemotionalsten Tag in meinem Leben gehabt habe. Tja, so ist das. War sehr spannend und viel gelernt. Und auch absolut absehbar. Ihr wisst, das ist dieses Thema, was wir eh haben. Ansonsten, meine Frau hat wunderbar gekocht. Das Essen war sowas von und so lecker. Ja, also die Soße war im Prinzip gleich gut wie die Tomatensauce mit Rucola und Pinienkernen. Die heute wieder ein Familienmitglied auf den Tisch gebracht hat, dass man die gerne hat und immer wieder mal gegessen gehört. Denn das sind die Kerne dann so schön in der Zahnspange. Das ist das Tolle. Ansonsten, ich habe die 41 999 aufgebaut. Und in dem Moment, wo ich die Räder montieren wollte, bin ich drauf gekommen, dass ich ein Element, ein relevantes Element, gut, das ist dahinter meiner Frau, ein relevantes Element falsch eingebaut habe. Am falschen Ende. Jetzt kann ich das Klumpot wieder zerlegen. Und glaubt mir, dieses Set ist nur teuer und nicht gut. Das sage ich jetzt mal so. Ich bin von der Qualität entsetzt. Die Teile sind lackiert. Okay. Teilweise. Und, also echt. Ich bin von und zu überhaupt entsetzt. Es ist heute erfolgreich das nächste Kindergarten-Update online gegangen. Das seht ihr am Ende des Videos wieder zum Anklicken, wenn ihr das wollt. Und ansonsten hat sich nicht viel getan. Außer, dass ich schon seit über 10 Stunden meine E-Mails nicht abgerufen habe. Das ist grob fahrlässig. Da rufe ich gleich, da starte ich gleich mal das wunderbare Outlook. Microsoft hat uns da ja ein ganz tolles Produkt beschert, für das ich ja auch genug bezahle. Und es ist original, 8 Spams sind gekommen. Toc, 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 Spam, Spam. Nein. Nein. Oh, meine Mutter will das Rezept der Nachspeise haben. Meine Frau lächelt. Das ist schön. Das erste Mal, dass ich sie heute so herzhaft lachen sehe. Das ist toll. Das gefällt mir gut. Sie hat nicht gefragt, wo meine YouTube-Kanäle sind. Nein, sie hat nach dem Rezept meiner Frau gefragt. Anges, wir rufen jetzt die Christa. Ja. Der Hund, sie hat sich ja gestern so toll in den Kerker locken lassen. Und ich habe heute keinen Kuchen. Bin gespannt, ob das heute wieder irgendwie anders funktioniert. Vielleicht mit abgebissenen Zehennägeln oder so. Ich bin relativ entspannt, was jetzt meine YouTube-Geschichten angeht. Ich habe jetzt den August fast fertig. Das heißt, ich habe jetzt einen Monat wirklich keinen Stress, was Videos betrifft. Und wenn ich bedenke, dass jetzt so Kurzurlaube anstehen, da kommt genug Material für die nächsten Wochen für den alten Knackerschmatz. Ich werde die Qualität der Lego-Videos nochmal erhöhen. Mit mehr Zahlen und Fakten habe ich beschlossen. Daran arbeite ich gerade oder habe begonnen zu arbeiten. Und ich habe begonnen, die alten Coronavirus-Tagebücher oder in der Lenkbach-Flogs, wie sie heißen, bewusst anzuschauen. Und zwar ab dem Zeitpunkt, wo sie nicht indiziert sind. Also wo keine Zeitmarken darunter stehen, wo man direkt zu gewissen Videopunkten springen kann. Und hole das nach. Das ist zeitaufwendig. Aber andererseits habe ich genug Zeit. Meine Frau hat Urlaub. Das heißt, sie kümmert sich jetzt um alles. Sie kümmert sich gerade um das Sofa, dass das heute gut duftet, wenn ich draufgehe, wenn ich frisch gepustet bin, geduscht bin. Und ja. Dann werden wir ein bisschen Scherben zusammenklauben morgen in der Familie. Und werden mal schauen, wie die nächsten Wochen und Monate ablaufen. Es sind ganz tolle, spannende Dinge am Laufen, die leider jetzt nicht nur gut sind, aber toll und spannend. Und dann schauen wir, wie das Leben so weitergeht. Morgen kommt eine Sonntagspredigt, die ich noch nicht aufgezeichnet habe. Das sollte ich demnächst machen. Es wird gehen um die Pferde. Ja, um die Pferde meiner Frau wird es gehen. Das ist schön. Und für übernächste Woche hatte ich auch eine Sonntagspredigt. Und ich habe schon wieder vergessen, worum es geht. Und ich hatte schon ein Thema und jetzt ist es weg. Das ist blöd. Ich bin nämlich so alt, dass ich alles vergesse. Wenn ich es nicht gleich aufschreibe, ist es schon vergessen. Und am Dienstag kam unser Jubiläum. Ich warte noch immer auf Fragen. Schreibt es doch drunter, was euch interessiert zum Neuen Lenkbach-Vlog. Vielleicht, warum ich den Käse überhaupt mache. Oder wie viele Leute zuschauen und warum die zuschauen. Lauter spannende Fragen kann man da stellen. Egal. Ansonsten, alles super. Ich war heute hochmotiviert, habe meine Buchhaltung gemacht. Ich habe schon Kribbeln in den Fingern gehabt, weil ich eigentlich die 41,99 schnell fertig haben wollte, damit ich dann die Teile für ein Set suchen wollte, dessen Kategorie ich mir nicht gemerkt habe. Unglaublich, wie hohl mein Kopf gerade ist. Ich werde das nachholen. Und ich habe heute Verstehen Sie Spaß geschaut. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Sendung mit drei Stunden um eineinhalb Stunden zu lange ist. Würde man die Sendung gerade wieder kürzen, dann wäre sie für die Kinder aushaltbar, wäre interessant und man hätte nicht das Bedürfnis, daneben ein Lego zu bauen. So viel Kritik darf es sein, oder? Ja, aber das ist ja alles wunderbar. Ich bin gespannt, ob man einen Besuch kommt. Es ist ja das Wetter eher schön, ist eher nicht davon auszugehen. Ich werde nochmal zum Blanspecken gehen und den Filter wieder reinigen und wieder bezierzen, dass er wieder funktioniert. Und dann gehen wir mit dem Schnuffi. Und während ich mit dem Schnuffi gehe, werden die Videos von dieser Speicherkarte, der letzten Speicherkarte, die noch funktioniert, wohlgemerkt. Nein, zwei haben wir. Eine ist in der GoPro. Der GoPro ist auch eine. Yeah! Werden wir die übertragen und hoffen, dass sehr bald die, nein, aber vom Montag kommen sicher eine. Die kann nicht nur mit einer Speicherkarte auf Urlaub fahren. Wie soll denn das gehen? Naja, wir haben ja das Notebook mit und schneiden eh gleich. Das wird spannend, ob das funktioniert. Was bleibt noch zu sagen? Ich hoffe, ihr seid morgen dabei. Vielleicht kommt ihr mal vorbei ins Kindergarten, unterhalten uns, spielen wir eine Runde Flipper. Und in diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann hier auf diesem verrückten YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.